Moin Moin zusammen, hier ist der Trill und was soll ich euch sagen, die Nacht war mal wieder kurz, ich denke man sieht es mir an, aber wir haben Counter-Strike 2 gestern Nacht bekommen. Fünf Jahre lang ist in CSGO so gut wie nichts passiert, heute kam endlich das neue Spiel, keine Limited Access Beta mehr, es kann jetzt jeder spielen. Wir waren gestern live im Stream dabei, haben einen Warteraum gehabt mit bis zu 9400 Zuschauern bei mir im Stream. Völlig irre und dann gegen, wann war es 21 Uhr? 21.30 Uhr kam dann Counter-Strike 2 raus. Wie groß, wie groß? 27 Gigabyte! 27 Gigabyte! Fünf Minuten, ihr Scheißidioten! Wir haben gestern natürlich noch einige Games im Stream gespielt und heute schauen wir uns einfach mal an, was mit dem Full Release jetzt ins Game gekommen ist, was noch nicht da ist, worauf wir noch hoffen dürfen. Gestern haben wir noch ein paar Matchmakings gespielt und dann gehen wir vielleicht mal in die Spielmodi rein. Es gibt natürlich nach wie vor das Premiere-Matchmaking, wie angekündigt und wie erwartet gab es hier einen Rank-Reset. Es gibt ja Seasons, vorher war es die Beta-Season, also war es völlig klar, dass beim Release auch hier wieder der Rank resettet wird. Diese Season wird wieder ein paar Monate laufen, bevor es dann eine neue Season geben wird. Ich vermute, dass ihr trotzdem im Hintergrund eine Hidden-MMR noch habt und eure Elo gespeichert war. Das heißt, ihr dürftet, vermute ich, jetzt auch gegen ähnlich gute Gegner spielen, wie ihr es jetzt in der CS2 Limited Beta hattet. Da müsst ihr also wieder ein paar Wins farmen, bevor ihr hier euren Rang habt. Sehr schön für mich, das normale Competitive-Matchmaking ist dabei. Wir haben den Map-Pool bestehend aus Mirage, Overpass, Vertigo, Ancient, Inferno, Nuke, Anubis, Daszwei und Office. Italy ist noch nicht dabei, was mich ein bisschen überrascht hat. Und hier ist es ja jetzt so, dass ihr nicht mehr einen Rang, wie zum Beispiel vorher Global Elite, für euer komplettes Competitive-Matchmaking habt, sondern ihr habt auf jeder Map einen eigenen Rang. Wir haben gestern dreimal das Zwei gespielt und dreimal das Zwei gewonnen. Wir brauchen noch sieben weitere Wins, bis wir für das Zwei einen Rang haben. Was dann aber bedeutet, dass das nicht für Mirage, Overpass und Vertigo gilt. Die Maps müsst ihr alle tatsächlich auch zehnmal gewinnen, bis ihr auf jeder einzelnen Map einen Rang habt. Also es ist ein fetter Grind. Ihr müsst ja erst mal 90 Maps gewinnen, um überhaupt auf jeder Map einen Rang zu haben. Und dann geht erst das Climbing richtig los. Ich persönlich finde es geil. Man muss schon wirklich viel Zeit rein investieren. Aber für mich als jemand, der sehr viel zockt, finde ich es mega geil, dass du mal wirklich wieder was hast, wo du sagst, okay, holy shit, das ist ein Grind, alles auf Global spielen. Das sind sehr, 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 sehr viele Matches, sehr viel Content. Brauche ich mich drüber. Im Wingman haben wir aktuell nur vier Maps. Im Wingman behaltet ihr euren Rang aus CSGO, wenn ihr euch noch einen Win in CS2 abholt. Overpass, Vertigo, Entfernung, Nuke ist aktuell drin. Bin ich mir auch absolut sicher, dass die weiteren Maps da hinzugefügt werden. Da wird sicher noch dran gearbeitet. Im Casual Mode haben wir Italy aber drin. Hier haben wir Diffusal Group Sigma, Diffusal Group Delta, das Zwei und die Hostage Group. Und dann haben wir noch ein Deathmatch, was genauso aufgeteilt ist wie das Casual Matchmaking. Wir haben noch keine Wargames, das heißt kein Demolition, Arms Race, Flying Scoutsman. Wir haben keine Danger Zone. Da bin ich sehr gespannt, wann oder ob die Sachen noch kommen. Ich bin mir sicher, dass zumindest sowas wie Demolition, Arms Race mit Sicherheit noch dazukommen wird. Aber hier wurde ja bis zuletzt noch sehr, sehr hart dran gearbeitet. Ich denke, das sind Sachen, die noch kommen, genauso wie noch keine neue Kiste kam. Was mich persönlich sehr überrascht hat. Mache ich mir aber auch keine Sorgen, dass da Sachen kommen. Das ist das, womit die das meiste Geld machen. Also das steht für mich außer Frage, dass wir auch sehr, sehr zeitnah jetzt eine Kiste bekommen, um CS2 zu feiern. Außerdem haben wir auch noch keine Operation bekommen, wo ja auch ein paar Leute drauf gehofft haben. Aber wie gesagt, ich bin da eigentlich relativ entspannt. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir bis Weihnachten noch einiges an Content bekommen werden in CS2. Ich glaube auch, dass wir noch eigentlich im Test sind, weil hier unten haben wir noch immer dieses Overlay. Ich glaube, ihr könnt es hier unten sehen, wo steht, in welcher Version wir gerade spielen. Also ich denke, wir sind eigentlich noch so ein bisschen in der Open-Beta-Phase. Es wird noch viel getestet, es werden Sachen gefixt. Ganz neu ist aber auch das Inventory. Ich denke, ihr erkennt sofort, die Vorschaubilder, die wir hier für die Skins haben, sehen ganz anders aus. Finde ich persönlich sehr viel schöner, weil die nicht mehr so 2D aussehen. Also es ist jetzt ein schöner 3D-Effekt. Und man hat eine bessere Repräsentation von den Skins, wie sie auch ingame aussehen. Gerade da die Skins ja jetzt auch zum Teil überarbeitet wurden. Dann haben wir hier das Loadout, wo man, was ja auch schon gelegt wurde, jetzt die Bombe equipen kann. Dieser Slot ist neu hinzugekommen. Wir haben das Music-Kit. Wir haben hier die Displayable-Items, die wir hier reinziehen können. Und ihr könnt hier unten auch euer Graffiti reinziehen, welches ihr spielen wollt. Hier oben dann außerdem weitere Sortierungsmöglichkeiten, was ich auch nice finde. Du hast hier die Container auf einen Blick. Die Displayable-Items, Sachen für ein Trade-Up. Das haben sie auf jeden Fall gut gemacht. Und ganz neu auch hier oben die Rubrik Store, wo ihr auch sortieren könnt nach Gegenständen, die ihr ingame kaufen könnt. Paris-Sticker-Sale ist noch immer drin. Der Community-Markt, wo ihr dann die Kisten kaufen könntet. Und Tools wie das StatTrack-Swap-Tool. Ganz neu ist das Weekly-Care-Package. Und zwar war es ja so, dass du in CSGO bei einem Profil-Rank-Up in der Woche zwei Drops bekommen hast. Das war immer eine Kiste und dann ein Skin oder ein Graffiti. Das ist nach wie vor auch der Fall, nur dass du dir jetzt aussuchen kannst, was du haben möchtest. Du kriegst dann vier Items vorgeschlagen bei deinem Profil-Rank-Up. Es ist immer eine Kiste, immer ein Graffiti und vermutlich ein bis zwei Skins oder ein bis zwei Graffitis. Und du kannst dir dann aussuchen, welche davon du haben willst. Was ich persönlich sehr cool finde. Hier seht ihr mal ein Clip, wie das gestern bei mir ingame aussah. Ich komme mir da also schön ausruhen, dass ich die Revolution-Kiste haben will für einen Euro. Und mit der M4-1S Warikano Factory New für 2,50 Euro habe ich auch ganz schön Glück gehabt. Finde ich geil, weil du so auch immer tracken kannst, wo du gerade in der Woche stehst. Ob du deinen Weekly-Drop schon bekommen hast oder ob du den noch grinden musst. Das fand ich ein cooles Update. Dann gibt es für ganz neue Spieler einen Replay-Training-Day, wo man reingehen kann. Den habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Aber es gab ja auch in CSGO quasi so ein Einsteiger-Tutorial, wo du Waffen, Spray und Granaten und so erklärt hast. Das gibt es hier scheinbar auch. Wir gucken da mal ganz kurz rein. Vielleicht mache ich das nochmal separat in ein Video. Ach nee, du kriegst es quasi hier anhand der Bots beigebracht. Nach und nach, wie du hier Sachen droppen kannst. Oder kaufen kannst mit Recommended. Wow, ist eigentlich ganz nett gemacht. Tatsächlich auch auf einer echten CS-Map. Also wenn ihr keine Ahnung von CS habt, probiert das mal aus. You are the Bomber. Ich sollte jetzt wahrscheinlich die Bombe legen gehen. Wenn ihr eine Woche vor dem Release von CS2 schon CSGO gespielt und gedaddelt habt, gab es zwei Preise für euch. Könnt ihr mal bitte jetzt kommen? Ich starte das verdammte Spiel. Oh, aber nur ein Item. Musik-Kit. Oh, Global Offensive Badge. Global Offensive Badge. Alter, der ist einfach gekommen. Hier, 2012 bis 2023, die fette neue Coin. Und Musik-Kit habe ich vor free einfach. Das war geil. Oh mein Gott, danke. Das kann das Musik-Kit. Einmal ein gutes, altes, nostalgisches Valve CSGO-Music-Kit. Und auch was zum Displayen, was ich persönlich immer ziemlich cool finde. Wenn ihr alte CSGO-Arzen seid, dann habt ihr eine Global Offensive Badge bekommen. Die vielleicht in 15 Jahren, wenn CS2 dann noch existiert, was ganz cooles sein kann. Habe ich mich drüber gefreut. Finde ich cool. Und ansonsten haben wir natürlich einige Gameplay Changes auch gekommen. Ich muss direkt sagen, ich hatte das Gefühl, gestern ging sehr, 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 sehr krass rein im Game. Also es hat sich sehr gut und crisp angefühlt, das Spiel. Und jetzt zeige ich euch mal so ein paar Sachen, die in den Patch Notes noch drin standen. Nämlich, dass zum Beispiel Molotovs jetzt auf dem Wasser brennen. Statt im Wasser. Das funktioniert. Es ist nicht mehr so, dass du dich gegenseitig blockst, wenn du hintereinander läufst. Da hatten wir ja so komische POV-Bugs, dass das Bild quasi so gesprungen ist, wenn man hintereinander gelaufen ist. Das ist auch gefixt. Und was auch bearbeitet wurde, sind One-Way-Smokes. Ich hatte hier für Entferno eine ganz coole One-Way-Smoke gefunden, die hier oben auf der Mauer liegen bleibt. Und hier unten dann eine Gap hatte. Jetzt haben sie es aber so gemacht, dass Smokes quasi abtasten, wie weit der Boden da drunter noch weg ist. Und wenn die Lücke zum Boden noch so viel Platz hat, dass man Spieler darunter sehen könnte, wird diese Lücke aufgefüllt. Das heißt, hier die One-Way-Smoke, die ich hier auf Entferno hatte, funktioniert nicht mehr. Es wurde auch gesagt, dass die Smoke, die hier oben landet, nicht mehr funktioniert und alles smoked. Seht ihr hier auch? Vorher ist sie bis hier oben gespreadet. Das heißt, eine Smoke hier oben auf der Kante bringt nicht mehr mehr als eine Smoke, die hier unten liegt. Das wurde also auch angepasst, was ja auch zeigt, dass CS kein Interesse mehr an One-Way-Smokes hat, was ich persönlich schade finde, weil ich mir solche Sachen ja gerne immer rausgesucht habe. Und hier seht ihr das ganz extrem. Die Smoke hatte vorher hier die Kante nach unten und die spreadet jetzt einfach komplett bis zum Boden, dieses Smoke. Da kann man, denke ich, sicher auch ganz interessante Sachen, neue Sachen finden, die dann vielleicht auch wieder abused werden können. Aber damit haben sie auf jeden Fall die paar One-Way-Smokes, die ich auf Lager hatte, gepatcht. In den Gameplay-Patch-Notes stand dann tatsächlich auch allen Ernstes, dass Hühnchen auf Vertigo jetzt auch endlich, ich zitiere, vom Haus runterfallen können. Das stimmt tatsächlich. Ganz, ganz wichtiges Update, meiner Meinung nach. Und auch bei dem Sound haben wir einige Changes. Und zwar, wenn ihr in eure Settings geht, habt ihr neue Audio-Options. Und zwar habt ihr ein Equalizer-Profil, was ihr je nachdem, wie eure Kopfhörer klingen, umstellen könnt. Von Natural auf Crisp und Smooth. Da habt ihr die Beschreibung einmal hier drunter. Ich lasse es einmal so drin. Da möchte ich auch noch mit rumspielen und vielleicht ein separates Video machen. Lasst mich mal wissen, ob ihr da Bock drauf hättet, wo ich immer die gleiche Szene abspiele quasi. Und ihr habt die verschiedenen Sound-Profile dazu, dass ihr für eure Kopfhörer testen könnt, was für euch am besten klingt. Der eine oder andere von euch hat vielleicht einen Kopfhörer mit mehr Höhen, der andere mit mehr Tiefen. Ein anderer hat vielleicht ein ganz bassiges Sound-Profil. Also das ist geil. Ihr könnt den Sound auch ein bisschen feintunen. Dann haben wir eine Left-Right-Isolation. Damit könnt ihr quasi einstellen, wie krass der Ton eines Spielers, der zum Beispiel rechts von euch ist, auch tatsächlich nur auf dem rechten Kopfhörer abgespielt wird. Also wenn einer ganz, ganz, ganz rechts von euch ist, wird der Sound ja nur auf dem rechten Kopfhörer abgespielt. Wenn er aber nur so schräg vor euch ist, kommt ein bisschen Ton ja auch immer über den linken Kopfhörer, um das zu simulieren, dass der etwas weiter rechts ist, aber nicht ganz weit rechts. Und hier könnt ihr auch mit rumspielen und gucken, wie euch das gefällt. Muss ich natürlich auch erstmal mit rumtesten, um euch da mein finales Fazit geben zu können. Gleiches gilt auch für die Perspective Correction. Hier habt ihr die Möglichkeit, das auf No zu stellen. Aktuell steht es auf Yes. Das ist der Default Sound. Da muss ich auch nochmal rumtesten. Das ist ein eigenes Video für sich, denke ich, um euch da final sagen zu können, was denn hier gute Einstellungen sind oder auch nicht. Ansonsten haben wir, was den Sound betrifft, einige Fixes und Adjustments. Das heißt, das Spiel sollte jetzt auch etwas besser klingen als in der letzten Version der CS2 Limited Beta. Zum Beispiel sollen First-Person-Damage-Sounds jetzt deutlich präsenter sein. Dass man besser mitbekommt, von wo aus oder wie man Schaden bekommt. Dann gab es scheinbar Bugs, dass wenn du ein Wallbang-Headshot bekommen hast, kein Headshot-Sound gehört hast. Und auf manchen Unterflächen war es auch so, dass der falsche Sound abgespielt wurde. Dass hier vielleicht zum Beispiel einen Holz-Sound hattest, obwohl es Metall war. So kleine Bugfixes haben sie also auch noch ins Game gebracht. Ist, denke ich, auch noch alles Work in Progress. Aber natürlich schön zu sehen, dass solche Sachen gefixt werden. Dann wurden auch die Spieler-Animationen ein bisschen angepasst. Und ich hatte gestern schon beim Spielen das Gefühl, dass es sich etwas besser angefühlt hat. Ich kann euch gar nicht sagen, was es war. Vielleicht war es, dass das Run-and-Gun sich weniger krass angefühlt hat. Weil ich nicht mehr das Gefühl hatte, dass die Spieler so in dein Bild reinsurfen und du bist plötzlich tot. Aber ich bin der Meinung, es hat sich definitiv besser angefühlt gestern. Es gibt eine neue Sprung-Animation. Oder die wurde auch nochmal adjustet, wenn man Bunny hoppt. Das sah wohl vorher ein bisschen komisch aus. Die Jiggle-Peak-Animation wurde überarbeitet. Ich glaube, das war das, was ich meinte, dass es so aussah, als würde der Spieler in dein Bild reinsurfen. Das scheint jetzt deutlich besser zu sein. Zumindest hatte ich gestern sofort das Gefühl, dass irgendwas anders ist. Und ansonsten dahingehend natürlich auch wieder ein paar kleinere Adjustments, die sich jetzt nicht zu erwähnen lohnen. Aber spiel es einfach mal selbst. Ich bin der Meinung, es hat sich definitiv schon etwas anders angefühlt. Ganz interessant. Da geht es noch dann ums Matchmaking. Und zwar, ich lese einmal aus den Patch Notes vor und blende es hier ein. Das heißt, wenn ihr mit jemandem queet, der cheatet und der wird dann gebannt, verliert ihr euren Profilrang und euer CS2-Rating. Das ist richtig, richtig krass. Also überlegen sich Leute, die sich vielleicht von irgendwelchen Cheatern boosten lassen, zweimal, ob sie das machen sollten. Weil du verlierst halt einfach alles, wofür du die Tage oder die Wochen davor gegrindet hast, finde ich eine sehr, sehr gute Neuerung. Und hier lese ich auch nochmal vor. Da ist natürlich noch nicht definiert, was ist denn genau ein Established CS-Rating? Heißt das einfach nur, dass es ein Spieler ist, der sehr konstant und schon seit 50 Games auf 16k Elo ist? Oder gilt das erst ab einer bestimmten Elo? Jedenfalls könnt ihr dann nicht mehr mit Accounts spielen, die nicht unter diese Rubrik fallen. Das heißt, ihr könnt auch nicht im Primär-Matchmaking, wenn ihr schon lange zockt, mit irgendwelchen Shit-Accounts spielen, die euch dann hochboosten. Also ich sage jetzt nicht, dass ihr euch alle von Shit-Accounts boosten lässt, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass ihr gegen komplette Rage-Hacker im Matchmaking spielt, da die ja meistens auf irgendwelchen komischen dodgy Accounts unterwegs sind, finde ich auch sehr, 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 sehr gut die Neuerung. Ein paar kleine Map-Changes haben wir auch. Und zwar soll es auf Inferno eine neue Glocke geben. Ich denke, ich glaube, die waren alle schon da. Ich gehe mal auf die Suche für euch. Ich hatte gerade kurz die Hoffnung, dass unser dicker Turm hier wieder zurück ist. Aber ich denke, es war eine von denen im Spawn wahrscheinlich. Vielleicht waren da vorher nur vier, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ein extra Bale, Espen Added to Inferno, wahrscheinlich war es die. Auf allen Maps, die wir bekommen haben, gab es aber auch ein paar Bug-Fixes und Tweaks. Das heißt, achte mal auf die Performance, vielleicht läuft die ein bisschen besser. Bei mir lief es nach wie vor genauso gut wie vorher. Und was auch neu ist, Player-Model sollen jetzt Augen haben, die sich bewegen. Die sollen also jetzt animiert sein. Schauen wir den Kollegen mal an. Oh mein Gott. Wir haben CS-Models, die mit den Augen zwingen können. Ich weiß nicht, ob die von links nach rechts schauen können, ob die auf Schüsse reagieren oder sowas. Ne, der blinzelt einfach nur in aller Ruhe. Das war eigentlich erstmal all das, was in-game passiert ist. Wir haben jetzt auch endlich ein Your-Matches-Tab, wo ihr eure Demos wie gewohnt runterladen könnt. Das ist auch richtig cool, das hat mir gefehlt. Um nochmal aufs Inventory zu sprechen zu kommen oder aufs Loadout. Es gibt jetzt, wenn ihr hier mit Rechtsklick drauf geht, die Möglichkeit, eine Shuffle-Funktion einzuführen. Ihr könnt also zum Beispiel hier bei den AKs ein paar Skins als Favoriten wählen. Mit Rechtsklick und Add Favorites to T. Habt dann ein Pool von meinetwegen drei Waffen. Packt die drei hier mal als Favorit rein. Und wenn ihr jetzt hier einstellt, Shuffle-AK-Favorites, ist es so, dass mit jedem neuen Match, was ihr spielt, ihr random eine dieser drei Waffen dann bekommt. Ich persönlich fände es noch cooler, wenn es am Anfang jeder Runde ist, dass es geschuffelt wird. Also ich überlebe fünf Runden mit der AK, dann ist es natürlich die AK. Ja, aber in Runde sechs sterbe ich und muss mir eine neue AK kaufen, dann ist es eine andere. Das fände ich cooler. Jetzt ist es so, dass es pro Match gelockt ist, quasi. Also es ist dann random, mit welcher AK ihr ins Match geht. Ja, für diejenigen unter euch, die viele Skins haben, vielleicht ein ganz cooles Feature. Kevin hat sehr gefeiert, ich brauche es persönlich nicht so. Ich würde es wahrscheinlich eher nutzen, wenn man das pro Runde tatsächlich randomized hätte. Und das war alles, was mit dem gestrigen Release ins Game kam. Über Nacht gab es auch schon ein paar Bugfixes. Es gab ein paar Probleme mit Wasser und Smokes auf Nuke. Also es wird hart daran gearbeitet. Ich bin sehr, sehr happy über den Release. Ich habe nicht damit gerechnet, dass gestern so viele Leute im Stream dabei zusehen, wie wir auf C2 warten. Es startet eine neue Ära. Ich bin wirklich sehr, sehr excited. Ich freue mich auf die nächsten Wochen Streams. Wir werden diesen Samstag und Sonntag einen zweimal zwölf Stunden Stream machen. Heute, wenn dieses Video fertig ist, bin ich wahrscheinlich auch direkt live. Deswegen schaut mal auf Twitch vorbei, wenn ihr Bock habt. Und ich freue mich einfach auf das, was kommt. Feedback gestern im Chat auf Twitch war auch sehr, sehr gut. Ein paar Leute waren ein bisschen enttäuscht, dass noch keine Operation da war und keine Kiste. Aber wie gesagt, ich bin mir absolut sicher, dass da bis Weihnachten noch einiges kommen wird. Und wir hier noch in einer Open-Beta-Phase mehr oder weniger sind, weil es kann auch nicht sein, hier unten links der Bildrand, wo meine Maus gerade ist. Das kann da nicht für immer drinstehen. Und das zeigt mir persönlich eigentlich, dass hier noch viel gearbeitet wird und Sachen gepatcht werden. Und das jetzt erstmal Priorität hat und die anderen Sachen werden kommen. Also mal ganz ehrlich, wir reden hier von Valve. Natürlich werden die eine Kiste bringen. Die müssen Geld verdienen. Deswegen, ich bin da ganz, ganz, ganz entspannt. Es werden coole neue Sachen kommen. Wir haben jetzt erstmal einen fetten Grind vor uns, was das normale Matchmaking angeht. Erstmal überhaupt über einen Rang haben. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich freue mich sehr über CS2. Ich habe lange drauf gewartet. Fünf Jahre lang ist gefühlt wirklich nichts in CSGO passiert. Und ich freue mich, dass wir jetzt hier wieder was Neues haben, wo wir richtig fett reingehen können. Und ich bin absolut hyped. Ich freue mich auf euer Feedback. Lasst mich mal wissen, wie eure ersten Runden in CS2 waren. Ich persönlich fand, es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Was vielleicht aber auch an den Gegnern liegt, die jetzt noch nicht so krass waren. Aber wir werden sehen. Danke euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video oder später im Livestream. Later! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017